Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben 5.45 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg zur U-Bahn. Tja, und dann geht's mit der Bahn nach München. Es ist so zeitlich, dass hier ziemlich wenig los ist, weswegen ich mich mal trauen kann, hier so auf der Straße oder Gehweg zu filmen. Es ist ein langer Weg, circa 5 Stunden. Aber das geht schon. Wobei, ich könnte auch versuchen, ob es schneller geht. Dann müsst ihr auch jetzt nicht 5 Stunden warten oder so. Also, probieren wir's mal. Ich bin hier, in München. Ich hab's geschafft. Etwas müde zwar, aber ja, ich hab's geschafft. Ich bin wirklich hier. Oh, und ich bin nicht alleine. Hilfe! Es tauchen auf einmal irgendwelche Menschen aus dem Nichts auf und... Vielen Dank für's Zuschauen. Wiederschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.